Die legendäre G4 Bin ich die Einzige, die hier was tut? Immer das Gleiche mit dir, meine Liebe. Du übertreibst. Duplikation. Zwei Biker. Nochmals Duplikation. Vier Biker im kompletten Intercom-Konferenzmodus. Super Duplikation. Okay, neun Biker erkämpfen sich im Intercom-Pendelmodus den Weg ins Freie. Nummer 6. Du fährst voran. Ich bin keine Nummer. Ich bin eine selbstbewusste Frau. Wenn alles, was sie haben... Nichts schon wieder... ...ist nur sich selbst. Ich hasse es, wenn das passiert. Wo bleibst du so lange? Und hier ein brandneues Skala-Rider G9. Hörst du das, Schwester? So klingt's, wenn ich dich mal wieder heraushaue. Und gerade als sie dachten, dass absolut nichts zwischen sie kommen könnte. Weißt du, ich versuche mindestens einmal täglich einen heißen Typ zu treffen. Das Herz eines Bikers zu brechen hat Konsequenzen. Nun werden sie entdecken, dass... Ich habe ein komisches Gefühl dabei. Wenn man am Ende des Weges angekommen ist... Wir halten uns an Spaß, Girls. Diesmal gibt's keinen Ausweg. Man einfach einen neuen schaffen muss. Das ist mein Ausweg. Die G9-Mission. Beginne deine Reise und entdecke eine neue Freiheit. Die G9-Mission. Die G9-Mission. Die G9-Mission. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.